hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu let's play metroid m ja was haben wir letztes mal gemacht das weiß ich selber nicht mehr ich habe hier gerade nur als ich diese aufnahme angefangen habe ich bin übrigens nach kommentieren hallo mein name ist ich kommentiere nach weil ich dumm bin als ich mit dieser aufnahme angefangen habe damals das ist jetzt schon ein paar wochen da wollte ich ja das habt ihr zum glück nicht gehört mein e mail geräusch da habe ich etwas ausprobiert und zwar etwas mit sound lag einstellungen beim dolphin emulator die ich mal ausprobieren wollte ob es dann immer noch so naja ihr wisst schon solche diese sound cracklings gibt und das ging eigentlich ganz gut eine zeit lang und ich könnte mal auf den vollwerten modus weg sind ich hoffe es gibt kein gelieck na gut wenn es die idee gibt dann tut es mir leid also asynchronität ich finde es echt schade dass die aufnahme verloren gegangen ist weil ich habe ein bisschen einiges darüber geredet eigentlich in dieser aufnahme aber naja so ist das ja kann ich jetzt auch nicht mehr ändern gut wir spielen metroid other m gerade denn wie gesagt ich habe einfach eine aufnahme angeschossen um das zu testen und habe dann gedacht naja dann spiele ich gleich mal weiter und ich kommentiere jetzt nach damit ich bald wieder einen part aufnehmen kann und ja wir machen jetzt diese großen stachelfiege erstmal platt denn die helfen uns und wir wollen an denen vorbei und die sind gemein und wollen uns stampfen und stacheln und stacheln und stampfen ja ich habe okay äh ich muss ich habe muss echt sagen ich habe schon wieder ein paar videos von felix angesehen also von jazel666 schon wieder ein e mail geräusch was soll das denn oder war das in der aufnahme ich weiß es ja nicht ähm entweder habt ihr gerade ein e mail geräusch gehört oder ich weiß es nicht egal auf jeden fall ähm auch ja wieder felix felix von videos genau videos von felix jazel666 ähm bitte ansehen wenn ihr es nicht kennen sollt tut der macht gerade ein paar interessante sachen und auf jeden fall ich muss echt sagen so im vergleich zu was weiß ich man ich schon gerade immer ich bin ja sehr hinterher mit seinen videos und ich habe mir halt vorgenommen die alle wieder also alles nachzuholen und zum vergleich zu den alten videos weil ich schaue immer ein neues ein altes ein neues ein altes die kommentation von ihm hat sich echt verbessert sehr gute nicht dass es scheiße war oder sowas also das kann ich nicht sagen es waren die früher nicht scheiße ne es ist nur einfach irgendwie lebhafter weiß nicht ob das nur mir so vorkommt ob das ob mich das täuscht ist das irgendwie wegen dem mikrofon da war ein grafik bug also wir sind jetzt hier am anfang von sektor 3 wir sind hier nach sektor 3 gegangen um okay ja ja ist ist okay adam machen wir ja okay so adam ich glaube wir haben das verstanden ich glaube da wollte ich das äh versuchen zu triggern ob man das mehrere mal hintereinander triggern kann oder sowas und dann samus 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 immer wieder anfängt zu sagen ja wir sind in sektor 3 weil wir ein viech verfolgen das leih gekillt hat also wahrscheinlich hat das leih gekillt COD Kidi und äh ja dieses viech verfolgen wir gerade in sektor 3 und gerade sind wir an dem aufzug und wir sind nicht normal über den aufzug in sektor 3 gelangt sondern wir sind einen langen abstieg hinunter und hier sind cebesianer die uns abschießen wuuu und es gibt soundbugs wieder ja genau das ähm habe ich vergessen dann jetzt vor uns zu erwähnen die soundbugs wurden nicht wirklich gefixt vielleicht verbessert also vielleicht passieren sie nicht mehr so häufig aber sie wurden nicht gefixt und das Problem ist halt neue areale werden einfach diese soundbugs haben damit werden wir uns abwenden müssen und die musik hier ist übrigens ziemlich cool also sehr seltsam dieses im hintergrund ich werde dann nochmal glaube ich pausieren und euch das ähm etwas näher bringen da werde ich auch mal kurz die klappe halten soweit ich das mache ja wohl den haben wir noch nicht aber wir können ja hier äh walljumpen kickclimben sehr toll schon da hinten ist ein item durch diese absperrung da anscheinend ich habe keine ahnung wie die aufgeht ich weiß nicht ob ihr das gehört habt so wenn dieses komische im hintergrund ist echt seltsam Supermisse und Powerbomber also hier gibt es noch einige in dem Raum und wow 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 das ist creepy das ist creepy wenn man so in den Raum kommt und dann plötzlich so ein paar gleuchtende Augen und Feuer und so und da hinten ist so ein Viech ja sehr gut wunderschön ich habe ja gestern ein Video hochgeladen mit ähm na Uploadplan mäßig und ich werde den auch durchziehen ich weiß nicht ob drei oder vier Tage weiß ich noch nicht wahrscheinlich vier Tage so wie es aussieht wär mir auch lieber ähm die Sache mit vier Tagen ist nur ich weiß nicht genau wann ich habe einmal einen Plan gegeben mit einem Montag und Mittwoch Freitag Sonntag der natürlich schön klingt aber dann ist es Sonntag und Montag miteinander weiß ich auch nicht ob das so toll ist wow wow die Musik ist echt seltsam ähm oder ob wir das irgendwie anders regeln also mal gucken das ist äh muss ich mal gucken was wir da machen ähm ja auf jeden Fall wie gesagt die Qualität die Qualität von JZX6 hat sich meiner Meinung nach echt gespessert die ist halt lebhafter irgendwie er hat mehr zu erzählen irgendwie er zählt gut zum Spiel das gefällt mir das ist echt extrem cool ähm ja gut und ist sonst noch was ich weiß nicht ich glaube ich habe in diesem Part über etwas geredet über das ich seit Ewigkeiten mal reden wollte eigentlich aber nie mir eingefallen das ist mein Gesprächsthemen lege ich mir meistens nie zurecht und in früheren LPs da war das immer so toll da sind mir die einfach eingefallen auf die Schnelle naja über was soll ich eigentlich mal reden genau über Digimon war das äh total bescheuert da geht es mir nämlich um eine Sache und zwar dass Serien ja ähm aus der Kindheit teilweise äh die hat man einfach gut im Kopf weil Nostalgie ebenso funktioniert Nostalgie blockt größtenteils alle negativen Erinnerungen aus und du erinnerst dich nur an das Positive an von etwas also sagen wir mal Spongebob ich habe keine Ahnung ich glaube ich habe hier nicht gewusst was ich machen soll ähm ah ja genau ich erinnere mich was hier passiert na gut ähm ja das heißt wir alle werden sagen oh Spongebob Spongebob war eine gute Serie und das würde ich jetzt auch sagen aber wer weiß wenn ich sie nochmal sehen würde würde ich vielleicht meine Meinung ändern ich weiß es nicht denn ich habe Spongebob Ewigkeit nicht mehr gesehen und es gibt so ein paar Serien zu denen habe ich meine Meinung geändert es gibt auch ein paar Serien die fände ich schon immer cool es gibt zum Beispiel der allerbeste Cartoon aller Zeiten ist für mich einfach kein Boss ähm weil keine Ahnung er ist lustig und spannend und cool und na keine Ahnung das ist einfach mein Lieblings Cartoon aller Zeiten ähm naja und äh da gibt es auch so ne Sache eben Digimon die ok Samus head to Sector 2 mhm es ist eine hohe Probabilität von Survivoren die da sitzen wir müssen später auf den Freak der Natur tja dann müssen wir ab auf Sector 2 was wir schon gesehen haben dass es so ein Eis Sector wahrscheinlich sein wird was auch interessant ist bevor ich gleich zu der Digimon Geschichte wiederkomme ähm es ist sehr gut dass wir jetzt diesen Various Suit haben denn ohne den könnten wir uns in Sector 2 auch nicht aufhalten es wird zwar hier nicht erwähnt und in keinem Spiel außer Fusion wird das glaube ich erwähnt aber der Various Suit den wir jetzt haben der schützt vor extremen Temperaturen aller Art das heißt er schützt nicht nur vor Hitze sondern auch vor extremer Kälte und das wird nur in Fusion erwähnt weil ähm naja da ist das halt wichtig da hinten ist so ein Viech das wird uns jetzt angreifen ja ähm und ja es ist sehr gut dass wir diesen Various Suit haben denn ohne den könnten wir Sector 2 wahrscheinlich nicht wirklich betreten ähm gut Sector 3 hat aber auch unsere Probleme ne weil er dann gesagt hat hey ähm masochisiere dich mal das ist kein Wort ähm und ja verbrenne dich keine Ahnung ja das war toll und Lethal Strike den ich nicht checke jetzt checke ich ihn ziiiiiii ums das Ding ist ekelhaft gut kein blink 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 also zurück gehen und ich schau nochmal nach oben weil ich denke das ist cool ähm ja so Digimon wollte ich erzählen genau ich hab damals als ich im Kindergarten war hab ich Digimon gesehen ähm Digimon Adventure und äh hier kommt glaube ich die Stimme auf die ich kurz ruhig sein muss damit man die hört interessant also mehr sagt sie nicht genau Digimon im Kindergarten gesehen die erste Staffel Adventure damals ähm beziehungsweise es war eigentlich noch davor also ich war schon im Kindergarten aber an das was ich mich hier mehr erinnere so quasi die Vorschulzeit vom Kindergarten dann ähm da kam Digimon Adventure 02 und das hab ich so richtig gut in Erinnerung also ich hab mir vor über einem Jahr fast schon zwei Jahre her mal vorgenommen okay weißt du Digimon die ersten vier Staffeln das die waren richtig cool also die dritte mochte ich nicht so aber naja und die erste hab ich ja auch nicht mehr so gut in Erinnerung und psscht von wem das das wurde konfirmed wahrscheinlich von dem Computer irgendwie keine Ahnung und Digimon Adventure hatte ich nicht so gute Erinnerungen also auch ich hab mir gedacht naja Digimon Adventure fand ich damals glaube ich nicht so gut und ähm ja ich dachte mir ja ja aber es wird toll dann wieder Digimon 02 zu sehen und Digimon Frontier das ist die vierte Staffel denn die fand ich extrem cool an Digimon Frontier kann ich mich am besten erinnern an Digimon 02 eben nicht mehr ganz so sehr ich wusste nur, dass ich die Segel-Kollegen erinnerung habe weitaus besser als Digimon Adventure 1 also die erste Staffel ähm und das Interessante ist halt ich hab dann mir eben Digimon Adventure angesehen und wow war ich dann geflasht am Ende von der Serie also Digimon Adventure ist jetzt mittlerweile wirklich ähm meine Lieblingsstaffel von den originalen vier Digimon Staffeln und hier lag so ein bisschen ähm während Frontier ich würde sagen Frontier außer auf Platz 2 weil es ist konstant gut und hat eine coole Story so mittendrin einen coolen Plot- gut Plot-Twist aber auch ein bisschen die zweite Staffel aber naja ähm Digimon Adventure hat mich dann echt geflasht also es war richtig gut das Problem an Digimon Adventure ist der Anfang denn ich es war so schwer durch diesen Anfang zu setzen wirklich die ersten zehn Folgen sind meiner Meinung nach echt nicht gut und hier lag es ja richtig hart ähm ähm ich glaube hier wird mal gleich die Aufnahme von mir neu restarted oder so das ist ja restarted schätze ich schon vielleicht hier ich weiß es nicht ich hab ja keine Ahnung ne ähm ich rede einfach weiter gut ähm Digimon Adventure 0 2 habe ich danach gesehen und dann war ich irgendwie enttäuscht ein bisschen von äh ja alles klar ich stehe anders da und das Bild hat sich irgendwie verändert sehr gut und dann ähm Digimon Adventure 0 2 hätte ich dann irgendwie eine schlechtere Meinung von plötzlich also es war irgendwie enttäuschend am Anfang aber mit der Zeit hat es sich echt gebessert und war dann am Ende auch konstant gut ähm äh es ist nur irgendwie naja es war etwas seltsam das lustige ist ich hab mir dann gedacht okay Digimon Tamers war nicht damals scheiße und ich freue mich echt auf was gutes jetzt also ich schaue mir vorher Tamers der dritten Staffel jetzt Digimon Frontier an Digimon Frontier ist die vierte Staffel von Digimon ähm die ich auch weiterhin gut fand also da gibt es nichts an Außersehen ich finde die gut ist die zweitbeste meiner Meinung nach nach Digimon Adventure also der ersten Staffel und ähm ja es ist definitiv gut naja und dann also das war auch was interessantes diese Erfahrung nochmal neu zu machen Digimon Frontier nochmal neu zu sehen das war auch extrem cool ähm es hat so coole Charaktere und ein paar richtig coole Plotpoints ähm definitiv besser als 0 2 aber dann habe ich mir Tamers angesehen und Tamers die dritte Staffel die mochte ich damals als Kind schon nicht und ich hab sie mir angesehen und ich hab wirklich das letzte die letzte Folge die ich gesehen habe war Folge 13 oder so es ist so schwer Tamers ist irgendwie so langweilig es sind Hauptcharakter es sind nur drei Charaktere ähm mögen vielleicht ein bisschen wenig sein gut Adventure ist meine Lieblings Staffel davon und da sind sieben Charaktere mögen vielleicht ein bisschen viel sein ne okay Steinbock random Viecher die ich Eis machen kann ich mochte ich Eis Junge ich mochte ich Eis ich glaub der Schnee macht ja einiges aus bei dem Weg also der Schneefall der relativ schön ist geboom 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 geboomst ja ja und adventure ähm äh nicht adventure Tamers fand ich dann echt relativ langweilig hab ich bis heute noch nicht komplett gesehen auch damals als Kind ja nie weil ich es einfach langweilig fand da ist geblinkt blinkt blinkt wo denn genau hinter uns alles klar müssen wir bei Nachkugeln würde ich sagen wo haben wir denn da was ja einmal haben wir ja vorhin gesehen diese Eiswelle vor denen wir vorhin standen die kann man mit Speedbooster zerstören äh ja den Speedbooster werden wir auch noch irgendwann hoffe ich mal erhalten und hier ja da kommen wir nur hin damit den Speedbooster und da vorne ist ja auch noch was was wir übersehen haben tatsächlich nämlich unter dieser Erhöhung äh nicht Erhöhung unter diesem Teil Messerkartener wuhu die Messerkapazität wird erhöht ähm ich werde dann wahrscheinlich auch Abprobezweck sein weil ich schau hier grad im Fullscreen damit ich ein bisschen was kenne und ähm ja das heißt ich werde dann wahrscheinlich abrupt weg sein weil ich mich nicht richtig verabschieden werden kann weil ich keine Zeitachse sehe deswegen weiß ich auch nicht wann es zu Ende ist wobei ich mein wenn ich in Speicherung komme dann kann ich mehr denken aber ich weiß nicht wie lange der Part ist 20 oder 25 Minuten hm naja gut äh hier hui große Sektion mit Wasser wunderschön Wasser ist toll und Elektronkugel und what the fuck das Ding sieht auch interessant aus kann man nicht angreifen sehr seltsam erinnert mich an etwas hm entweder erinnert es mich deswegen weil ich es eben vor drei Wochen gespielt habe oder es erinnert mich deswegen ich weiß es nicht es erinnert mich an irgendeinen Gegner aus der Metroid 3 ich weiß es gerade nicht ehrlich gesagt aber es erinnert mich an irgendwas gut das können wir anschießen vielleicht sinkt dann den Wachstand oder sowas blups Plattformen steigen auf das ist ja auch interessant ähm eine kleine Frage zwischendurch weil ich bin noch an dem Park wo ich sagen würde wenn ihr es unbedingt wollt dann würde ich das tun und zwar nerven euch diese kleinen Legs die jetzt nicht häufig vorkommen äh denn grafisch sieht das schön aus und ich muss ehrlich sagen wenn ihr mit der HDTV aufnehmen würde würde es wahrscheinlich schlecht aufsehen weil ich da nicht glaube ich voll AD aufnehmen kann äh nicht voll AD also hat 720 kann ich dann glaube ich nicht aufnehmen bei der Wii ähm aber das ist eure Entscheidung wenn es euch wirklich sehr stört dann sagt mir Bescheid in den Kommentaren dann würde ich das ganze halt nochmal spielen und dann würde ich es am Ende mit der Warp mit der HDTV aufnehmen und die Dinger scheinen Energie anzusaugen und nur mit dem Charge zerstört werden zu können alles klar Au Super und hier spawnen die Fische wieder was total doof ist weil ich möchte ja das Blink mit Blink bekommen um zu wissen ob hier was im Raum ist ähm aber es ist ja auch positiv wenn man sich einfach mal so umsehen würde dann würde man wissen dass auf der rechten Seite des Raumes ein Missecontainer ist wie mir gerade eingefallen ist im Wasser natürlich naja oder sagt ihr es ist in Ordnung man kommt damit klar weil es dauert ja nicht allzu lange und man hat das geladen und dann ist das ganze wieder gut und ja müsst ihr wissen ähm ich für mich persönlich ich find's okay mich stört's auch nicht sonderlich weil ich ja drüber laber ähm mich stört's beim Spielen das war's auch schon und deswegen sag ich's wahrscheinlich auch die ganze Zeit weil es mir eben besonders auffällt ähm und ich glaube was euch dann vielleicht noch eher stört ist dass ich's einfach die ganze Zeit erwähne ähm aber wer weiß vielleicht stört's euch auch so ich bin grad ans Mikrofon gekommen das tut mir schrecklich leid ähm sagt mir einfach Bescheid findet ihr's okay so soll ich es irgendwie neu machen mit der HDPVR dann spielen damit halt die Lags nicht da sind wobei ich mir da auch nicht sicher bin weil ich hab keine Ahnung mit der HDPVR Problem ist auch HDPVR mein Fernseher ist ziemlich beschissen also naja was hab ich da getan naja es ist wie gesagt es ist eure Entscheidung müsst ihr wissen ich äh ja hoffe ich sag nein keine Ahnung ich möchte das ihr das ne ich möchte auch irgendwie dass es meinen Zuschauern gefällt denn ähm wie ich auch schon in dem nicht letzten Info gesagt habe ja ich mach das für mich aber auf der anderen Seite ohne Viewer bringt's auch nichts mach ich mir auch nicht die Arbeit ne deswegen bin ich ja froh wenn ich Leute habe die mir Feedback geben oder mir sagen sie wollen so und so mhm in erster Linie mach ich trotzdem das was ich will aber naja was das angeht fänd ich es jetzt nicht so schlimm wie gesagt müsst ihr wissen die Dinger absorbieren Energie das hab ich anscheinend immer noch nicht kapiert und ich muss kurz husten so es tut mir sehr leid ich hab mich gemutet aber es tut mir sehr leid naja Google wir mal äh interessante Viecher ich kann mich an die Stelle gerade gar nicht erinnern wie ich das gespielt habe und sie blocken auch Raketen ab die Viecher gehen echt auf die Nerven sind kaputt wo lauf ich hin ahja ok der riesige Eisblock der wird wahrscheinlich mit Raketen zerstörbar sein schätze ich oder kann man dran vorbeilaufen wow 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 habt ihr das Ninja Stachel Eisviech gesehen ok und noch eine kaboom it's hammer time warum machen wir hammer time ahja ich erinnere mich gerade dass der Fahrt leider relativ lang war. Aber in diesem Raum werden wir dann, glaube ich, aufhören. Rumble, rumble, crumble. Kaboom. Interessant ist, ich hatte einen Helm vorne dran. Er erinnert mich auch an einen Viecher aus Fusion. Fällt mir gerade so auf. Das habe ich in dem originalen Fall, in der originalen Aufnahme gar nicht gesagt. Aber das Viecher erinnert mich auch an, er sagt aus Fusion. Allgemein auch aus Metroid 2, da gibt es auch diese Dinger. Die man von vorne nicht angreifen kann, sondern nur von hinten richtig hart durchnehmen kann. Wobei, ich glaube, wenn ich hier mit einer Rakete drauf schieße, dann springt sein Vorderkopfschild und dann kann ich ihn auch von vorne angreifen. Aber wahrscheinlich bin ich zu blöd dazu, das zu checken. Keine Ahnung. Ich finde es echt cool, Metal Fusion so zu spielen, weil ich kenne das Spiel, habe es aber lange nicht gespielt und somit erinnert mich an ein paar Sachen nicht mehr. Und das ist ziemlich cool irgendwie. Ähnlich wie mit Tales of Intagia. Ich kenne das Spiel eigentlich komplett, beziehungsweise ich habe es komplett gesehen, aber ich erinnere mich halt gar nichts mehr im Prinzip. Leather Strike. Bam. Genau, der Leather Strike funktioniert so nicht. Denn, äh, genau, das fährt die Maske auf. Und jetzt ist die Maske etwas kaputt. Und jetzt kann ich auf den Kopf springen und dann bumm. Blink, blink, blink hat's gemacht. Hier gibt's ein Terminal, äh, da wollen wir noch nicht hin. Und das da unten sieht cool. Okay, da war ein Grafikberg, da hat man Fische vorbeischwimmen sehen, unten rechts am Bildschirmrand. Hm. Naja. Der Rauch ist auf jeden Fall groß und interessant und riesig und die Fische schwimmen einfach weiter. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Man kann sogar das originale Lied verwenden. Unglaublich. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wehst du, es gibt so, äh, Wehste sag ich schon. Wehste sag ich schon. Induxt schon Dialekte, die ich gar nicht hab eigentlich. Was sag ich denn gerade? Keine Ahnung. Ähm. Ich hab mir, ich denk mir immer, wenn ich so neuere Sachen sehe, das schau ich eigentlich nur in Englisch, ähm, und ich hör dann irgendwelche Catchphrases oder sowas, ja, dann denk ich mir immer, naja, auf Deutsch wird das sich bestimmt mega scheiße anhören. Und dann, ähm, gibt es wiederum so Sachen, wie, die ich aus der Kindheit kenne, wie zum Beispiel aus so einem Nemo das einfach schwimmen, wo ich mir denke, wie hört sich das in Englisch an? Wahrscheinlich total doof. Das ist genau so, ich hab, äh, kein Puzzle, was ich ja schon vorhin, äh, darüber, ähm, na, gefan-blabbert hab über die Serie. Ähm, die hab ich mir sowohl in Deutsch als auch in Englisch angesehen. In Englisch konnte ich mir am Anfang sich angucken, weil ich sie echt scheiße fand. Und ich find auch immer noch, die deutsche Synchro war weitaus besser, aber das ist wahrscheinlich nur Nostalgie-Zeug. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ron ist auch im Englischen ein sehr, ähm, hat eine sehr kindliche Stimme, sag ich jetzt mal. Er ist ein kindlicher Charakter, also irgendwie macht es Sinn, aber ich mag es mir da etwas. normalere Stimme hat, einfach. Aber, naja. Synchronisation im Deutschen ist definitiv nicht schlecht und im Englischen ist es jetzt auch nicht scheiße, also, ja. Schwarze sind natürlich toll, weil die sind halt im Englischen am schwarzen Dialekt, logischerweise, oder Akzent, wie auch immer. Schwarzen Akzent klingt auch toll. Aber, ja, egal. Sobald ich einmal das Wort schwarz erwähne, wird sowieso, äh, werde ich sowieso ein Rassist genannt. Das ist normal. Ähm, von meinen Freunden zumindest. Der Energietang, an den möchte ich ran. Wie komme ich da ran? Da hinten ist ein Tunnel und ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Wahrscheinlich von da oben irgendwo. Und ich spring runter, weil ich mir denke, ich habe keine Zeit mehr und werde jetzt abspeichern. Jawohl. Und, äh, Sekunde. Nein, das ist doof. Das ist sehr doof. Ähm, ja. Ich glaube, meine Stimme wird abschmieren, weil ich habe gerade die Aufnahme quasi von mir beendet. Also, ich habe die Video und das Video beendet. Ich sehe gerade nichts mehr im Video. Auf jeden Fall nehme ich jetzt aber mal an, dass die Aufnahme fertig ist. Falls ihr noch gerade schwarze Bilder habt, am Ende das tut mir leid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tosti. Ciao. Ciao. Ciao.